Seid ihr bereit, einer Ära Lebewohl zu sagen? Rafael Nadal, die unbezähmbare Kraft des Tennissports, hat sich heute offiziell zurückgezogen. Über zwei Jahrzehnte stand Rafael Nadal für herausragende Leistungen auf dem Tennisplatz. Mit 22 Grand Slam-Titeln, darunter die Rekordzahl von 14 French Open, hat Nadals kraftvolles und unerbittliches Spiel den Sport neu definiert. Seine legendären Duelle mit Roger Federer und Novak Djokovic begeisterten nicht nur die Fans, sondern brachten Tennis auf ein neues Niveau. Das waren nicht einfach nur Matches, das waren epische Geschichten von Widerstandskraft und Können. Doch Nadals Vermächtnis geht über die Zahlen hinaus. Sein Motto, Lucha muss hasta el final, wir kämpfen bis zum Ende, verkörperte seinen Geist. Wow, this guy's relentless! Unbelievable! Not 15. Nadal überwand unzählige Verletzungen, seine Entschlossenheit und Fairness machten ihn zu einem weltweiten Vorbild. Heute, da er sich vom Sport zurückzieht, erinnern wir uns nicht nur an den Champion, sondern an den Kämpfer, der Millionen inspiriert hat. Rafael Nadals Einfluss wird weit über den Platz hinaus spürbar sein. Sein Rücktritt markiert das Ende einer Ära, hinterlässt aber ein Vermächtnis, das ewig Bestand haben wird. Danke Rafa, für alles. Ich hoffe, dass du nicht wiederholt ewig Bestand vallt waren. Noch ein paar Tage Anf Це prohibieren sich, und du darfst ewig Bestand im Jenna Birth. Untertitelung des ZDF, 2020